Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Denn gestern ist eine neue Spezies rausgekommen, der Hatzegg Opteryx. Habe ich safe falsch ausgesprochen, also korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Das ist ein riesiger Flugsaurier, der glaube ich auch kleinere Dinosaurier greifen kann und mit in die Lüfte tragen kann. Aber das werden wir dann gleich gemeinsam herausfinden, was der für Attacken wohl so beherrscht. Die Unterarten können wir uns nochmal schnell angucken. Hier haben wir einmal mehr Flugausdauer, bessere Panzerung und mehr Schaden. Oh, hier sieht aber auch der Schnabel viel, viel spitze aus. Krass, einfach voll das Schwert. Ich glaube, ich entscheide mich dann einfach mal für die Ausdauer. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Den finde ich auch optisch gar nicht schlecht. Muster können wir auch nochmal ein bisschen variieren. Aber da gucken wir uns gleich sowieso die Skins noch gemeinsam an, sobald wir auch Coins haben. Ich nehme jetzt erstmal so eine dunkle Variante und los geht's. Oh, guck mal, so sieht der jetzt ganz kleiner aus. Oh, wie putzig. Aber dann gehen wir mal in die Welt. Das sind wir jetzt als Jungtier. Ja, die Schreie hören wir uns auch nochmal an, wenn wir ausgewachsen sind. Aber jetzt machen wir erstmal unseren Jungfernflug einfach runter und dann geht's schon. Oh, der braucht aber ein bisschen mehr Anlauf als der andere Flugsaurier. Dachte erst, ich stürze ab. Das hat ja ganz gut geklappt. Und dann machen wir auch schon so eine Schnabelattacke. Oh, der geht aber runter, wenn ich nicht Gas gebe. Der kann nicht ewig gleiten. Ausdauer haben wir noch relativ viel, also alles easy. Ja, ist jetzt aber nicht so langsam. Und der kann sich auch auf der Stelle drehen. Mit Precise Movement. Sowas ist natürlich auch immer sehr praktisch. Ist halt cool, dass der so eine Schnabelattacke hat aus der Luft. Das heißt, wir können irgendwo vorbeifliegen und dann einfach so in den Kopf haken. Finde ich ganz nice. Oh, da ist noch einer gespawnt. Na du? Bist du überfordert? Mal sehen, ob der abstürzt. Ich schub's ihm runter. Ach schade, er hat's auch geschafft. Das wäre witzig gewesen, wenn der jetzt da runtergeknallt. Man kann übrigens auch aus dem Laufen starten. Dafür braucht man nur ein bisschen Anlauf. Ist halt immer besser, wenn man irgendwo runterspringt. Dann geht's schneller. Ich glaube, das ist auch die große Schwäche, dass der halt so einen langen Anlauf braucht, bis er wegfliegen kann. Das heißt, wenn er dann an Land überrascht wird oder sowas, kann das halt echt schief gehen. Komm, einmal hacken. Kriege dich! Wie er wegfliegt. Ha, ich hab ihn erwischt. Sturzflug kann der bestimmt auch. Das sah gerade schon so ein bisschen so aus. Das können wir auch mal eben schnell testen. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Ja, kann er auch. Dann beschleunigt er auch ordentlich. Ist alles ein bisschen schwerfälliger als bei dem anderen, bei den kleineren. Ich weiß leider den Namen gerade auch nicht. Also der braucht für alles ein bisschen mehr Wegstrecke und ein bisschen mehr Platz. Das heißt aber auch, dass hier halt viel mehr schief gehen kann, weil man halt nicht so schnell reagieren kann. Aber fühlt sich sehr, sehr gut an. Also der fliegt hier echt gut durch. Das muss man sagen. Juhu, wir sind ganz ausgewachsen. Aber ich möchte mich jetzt erstmal eben hinsetzen. Und auch hinlegen. Denn wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Attacken an. Da gibt es nämlich einige. Beim Kopf können wir zwei Attacken aktiv auswählen. Vorhin hatten wir hier diese Schnabelattacke. Das ist dieses Zupiksen. Dann gibt es hier den Grab sozusagen. Damit kann man Gegner greifen oder aufstechen. Und die kann man dann auch in die Luft heben. Solange wie halt die Ausdauer reicht. Finde ich sehr interessant. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir hier eine Attacke, die je öfter man trifft, desto mehr Schaden macht die. Wenn man damit zusticht, dann sticht er auch direkt dreimal zu. Wenn man einmal klickt. Das zeige ich euch gleich auch. Weil die möchte ich auch gerne benutzen. Und dann gibt es hier noch eine Schnabelattacke. Welche halt die Amor, also die Rüstung von dem Ziel. Ich kann leider nicht mit der Maus hingehen. Die Rüstung ignoriert. Aber dafür nicht so viel Schaden macht. Das ist halt gegen gepanzerte Ziele sehr, sehr gut der Angriff. Ich habe mich aber jetzt erstmal dafür und dafür entschieden. Die zeige ich euch auch jetzt mal direkt, würde ich sagen. Dafür stehe ich auch mal schnell wieder auf. Das hier ist das Greifen. Wenn man den dann in die Luft nehmen will. Das dauert auch eine ganze Weile, bis das ausgeführt wird. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach zu treffen. Ich frage mich halt gerade, ob das auch in der Luft geht. Also so im Vorbeifliegen. Ja, das würde auch gehen. Ich bin jetzt zwar abgestürzt, aber es würde funktionieren. Man muss sich da echt dran gewöhnen, dass er so schwerfällig ist und man so hart gegenlenken muss. Und ein bisschen eher drücken muss. Das ist ein bisschen ungewohnt. War hier gerade was anderes? Warte mal. Hallo. Lass dich doch mal greifen von mir. Ja, so wollte ich das nicht. Ich kann gar nicht abheben jetzt. Aber ich kann ihn abschütteln, oder? Hey, geh mal runter. Ich wollte dich aufpiksen. Das ist halt sauschwer zu treffen. Hey, ich hab ihn getroffen. Aber der hat Anti-Pounds. Ach, wie ärgerlich. Okay, das heißt, ich kann ihn gar nicht in die Lüfte bringen. Der hat leider Anti-Pounds. Aber dann zersteche ich ihn jetzt. Jetzt seht ihr auch meine andere Attacke. Da steche ich halt so dreimal zu. Und ich glaube, ich werde jetzt hier verteidigt. Oder auch nicht. Oh Gott. Meine Güte. Wollt ihr gerade die Attacken vorstellen? Die macht so einen Stress. Erstmal ein bisschen Speed aufnehmen. Wer ist noch hinter mir? Aber ich bin der bessere Flieger. Wir müssen entkommen. Oh Gott. Jetzt haben wir ja so eine Verfolgungsjagd. Der hat auch schon irgendwelche Attacken, glaube ich. In der Luft. Oh Gott, ich bin abgestürzt. Ich bin doch nicht der bessere Flieger. Lass mich in Ruhe. Lass doch mal jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh krass, wie schnell ich bin. Das funktioniert echt gut. Oh nein. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Meine Güte. Oh Gott. Meine Güte. So, jetzt können wir endlich hier weitermachen, Mensch. Denn wir haben noch einige Fähigkeiten vor uns. Wir haben nämlich auch noch die Sinne. Und da kann man ein Skill lernen, wenn man mit mehreren Flugsauriern in einer Gruppe ist, dass man weniger Ausdauer verbraucht. Ist jetzt für mich uninteressant, weil ich alleine bin. Dann gibt es das hier. Das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Weil, wenn man am Boden ist und dann in einem 60 Meter Radius zielt der nächste Dinosaurier oder die nächste Kreatur 20% weniger Schaden. Das heißt, wenn ich so ein 1 gegen 1 am Boden habe, dann bin ich automatisch 20% Tankier, weil der halt weniger Schaden macht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir auch noch einen erhöhten Angriff, wenn sich ein Kadaver in der Nähe befindet. Finde ich auch sehr gut. Das heißt, wenn ich was töte im Kampf, werde ich dann automatisch stärker oder wenn da halt schon was liegt. Dann haben wir als nächstes die Vorderbeine. Da können wir zwei Sachen aktiv auswählen. Da haben wir als allererstes einen Flügelschlag. Der macht starken Rückstoß. Also, damit kann man die Gegner halt weghauen. Dann haben wir einen Flail. Ich weiß nicht, was das übersetzt heißt, ehrlich gesagt. Aber das ist irgendwas in der Luft. Das lernen wir einfach mal. Probieren wir gleich aus. Okay. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Und eine Fassrolle. Da drehen wir uns wahrscheinlich und machen Schaden. Die würde ich jetzt auch einfach mal lernen. Ich glaube, so Flugattacken sind ganz cool. Nehmen wir beide mit. Dann haben wir hier die Haut. Da werden wir 75 Prozent weniger Schaden nehmen wir beim ersten Treffer. Aber das ist auch nicht schlecht. Dann verbraucht beim Fliegen 20 Prozent weniger Ausdauer. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Weniger Ausdauer ist immer super. Dann haben wir noch die Beine. Da haben wir 50 Prozent mehr Manövrierbarkeit. Hast du das richtig übersetzt? Ja, denke ich schon. Wenn man am Boden ist. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir 40 Prozent weniger Fallschaden. Ist jetzt für uns auch nicht so wichtig, weil wir sind ja die besten Piloten der Welt. Hat man ja gerade schon gesehen. Und dann haben wir noch. Dreh dich 20 Prozent schneller, wenn du am Boden bist. Das ist nicht wichtig, weil wir uns gerade auch schon voll schnell gedreht haben. Dann nehmen wir doch das hier. Oder? Nee, wir nehmen das hier. Ist das nicht auch irgendwie das Gleiche? Schneller Drehen und Manövrierbarkeit besser? Ich nehme einfach mal das. Bei dem Sinn würde ich mich dann einfach mal für das hier entscheiden. Weniger Schaden. Ja, und das sind jetzt unsere Skills. Also das große Problem, was der hier hat, ist halt wirklich, dass man sich da sehr stark dran gewöhnen muss. Dass der so lange braucht zum Abheben. Und dass man halt sehr schnell und früh gegenlenken muss, weil man sonst abstürzt. Wobei es geht eigentlich. Man muss sich halt nur da drin gewöhnen. Aber man kann auch super schnell fliegen, wenn man das immer wieder macht, diesen Sturzflug. Weil man kann das Tempo halt mitnehmen und wieder Höhe gewinnen. Und dann direkt wieder Sturzflug machen. Das ist schon ziemlich krass, oder? Bin ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde jetzt mal hier diesen, diese Rolle erstmal machen. Wird jetzt schon mal nicht geklappt. Perfekt. Ah, die geht nur, wenn ich ganz schnell fliege. So, das war die Rolle. Die macht auch Schaden. Und dann haben wir noch diesen Flail. Da wissen wir ja nicht, was das ist. Ach, das ist so piksen, würde ich auch fast sagen, oder? Oder ein Flügelschlag. Wird wahrscheinlich einfach Schaden machen, gehe ich mal von aus. Joa, keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Oh, guck mal, ein kleiner Spino, der im Tierchen jagt. Meint ihr, den können wir aufpiksen? Ist ja auf jeden Fall interessant. Probier's mal aus. Wie, er hat da immer noch attackt. Der hat gar nicht gecheckt, dass ich hinter ihm bin, glaube ich. Ah, wir haben ihn aufgepiekst. Oha, ein Spino einfach. Jetzt fliehen wir hoch. Na, Spino? Ist das gut? Oh, tut mir ein bisschen leid. Aber irgendwie auch nicht. Er ist halt unser Testobjekt. Was soll ich machen? Ja, ich weiß. Ding, macht Spaß, ne? Du freust dich. Und tschüss. Das ist halt die Art und Weise, wie wir kleinere Tierchen töten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Spino aufpiksen können. Aber dadurch, dass es noch ein Jungtier war, ging's wahrscheinlich. Und jetzt wird er brutal gegessen. Hey, das ist echt cool, dass es funktioniert. So, wir sind jetzt gleich bei der Kraterwiese. Hier ist bestimmt viel los. Ich würde es halt gerne mal versuchen, im Vorbeifliegen einzugrabben. Aber es wird vermutlich schwer. Ich werde es aber ausprobieren. Mal so ein Pachy. Oh, der hat mich runtergeholt. Wie gemein. Okay. Aber wie sie alle direkt gegen mich arbeiten wollen. Ja, das Problem ist bei Raptoren, die haben meistens Antipounds. Deswegen werden die wahrscheinlich fast nie Grappable sein. Aber in so einer großen Masse würde ich das wahrscheinlich eh nicht machen. Ah, fast. Ich habe es versucht. Ah, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich darf halt auch nicht so tief fliegen. Wow. Die jumpen mich halt einfach an und dann kriege ich Pfeilschaden quasi. Irgendwo gegenfliege. Oh, da trinkt gerade was. Was ist der Pachy? Ah, das muss man echt krass timen. Das braucht halt echt lange, die Attacke zum Ausführen. Jetzt haben wir ihn. Müssen wir Anlauf nehmen und dann abgeben. Ah, hier sind so böse Arme. Hier ist ein Hügel. Und hoch. Schnell wie es geht. Ja, Pachy. Es tut mir sehr leid für dich. Und fallen lassen, bevor ich sterbe. Oh, der hat mich fast noch gekillt. Tja. Ah, die Sonne geht endlich wieder auf. Das ist doch sehr schön. Ich wollte nämlich jetzt auch noch mal die Schreie mit euch gemeinsam durchgehen. Klingt schon mal böse. Na, nicht schlecht. Und natürlich wollen wir uns auch noch die Skins angucken. Und wir wollen uns auch einen neuen machen, würde ich sagen. Charakter-Skins. Was haben wir denn hier? Oh, hier gibt es auch einen Bäcker-Skin. Den habe ich sogar bekommen. Sieht jetzt nicht so schön aus. Und ein Cape. Wieso habe ich den? Das ist ein Skinpack. Ach, das muss ich mir holen, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Lassen wir es einfach erst mal. Wir gehen die anderen auch noch schnell durch. Ach, guck mal. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Tukan. Der ist auch krass bunt. Den finde ich ganz cool. Der ist auch cool. Ist auch aus wie ein Tukan. Sind irgendwie alle aus wie ein Tukan. Aber ich würde den mal nehmen jetzt einfach. Da kaufen wir dann hier mit den Skin und die ganzen Stufen. So, jetzt haben wir den. Ich nehme jetzt auch, glaube ich, einfach die Standard-Variante. Die finde ich schon ganz cool. So, jetzt in fünf Minuten werden wir halt jetzt gehäutet. Aber die anderen Fähigkeiten will ich jetzt auch mal ausprobieren. Das Problem ist halt nur, wenn ich die Barrel-Roll mache gegen irgendwas gegen, werde ich wahrscheinlich auch Schaden kriegen. Und ich habe halt schon nicht so viel Leben. Also kann gut sein, dass ich gleich einmal sterben werde. Guck mal, da ist ein Opfer. Wollt er mich attacken? Glaube ich ja. Oha. Gegen ihn geflogen. Ich weiß gar nicht, ob die Barrel-Roll noch gezählt hat. Die kommen alle. Seht ihr? Ich kriege halt Schaden davon. Egal. Kamikaze. Oh, er ist auf mich draufgesprungen. Ach. Ah, ich habe ihn abgeschüttelt. Schade. Ich dachte, ich habe ihn gegrabt im ersten Moment. Barrel-Roll. Ach, schade. Komm, wir zerpiksen den. Jawohl. Weg damit. Sehr schön. Ja, aufpiksen klappt nicht. Okay. Der ist zu schwer anscheinend. Aber ich habe ihn in den Kopf gepiekt. Oh, wie viele hier sind. Ich würde schon gerne was grabben. Ah, den konnte ich auch nicht grabben. Okay. Einmal den Rücken gebrochen. Sehr gut. Das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Hatzek-Opterix. Hat echt Spaß gemacht. Die Greif-Attack ist echt cool. Lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen haben sollte. Und schreibt auch gerne mal eure Meinung zu dem neuen Flugsaurier in die Kommentare. Ich werde jetzt hier nochmal mit dem Schnabel ordentlich reinpiksen, weil ich kann. Und dann müssen wir mal gucken. Tschüss. Das hat noch viel Ausdauer. Ja, da fliege ich jetzt doch nicht mehr hinterher. Das ist mir dann doch zu entschränkt. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut hart rein. Ich liebe noch. Euer Dandy.